Herzlich willkommen zur Talk24 am 23. November. Wer Impfausweise fälscht und beispielsweise dazu benutzt, um sich in einer Apotheke ein Impfzertifikat zu erschleichen, muss künftig mit einer Haftstrafe rechnen. Die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes tritt morgen in Kraft. Geahndet wird das unbefugte Ausstellen durch falsche Ärzte, das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse durch richtige Ärzte und der Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Ebenfalls ab morgen tritt 3G am Arbeitsplatz in Kraft, das gilt auch für Apotheken. Seit langem gelten wieder Höchstmengenbegrenzungen für die Bestellung von Cominati. Doch viele Arztpraxen ordern hauptsächlich den Corona-Impfstoff von BioNTech und nicht den von Moderna. Das kann im schlimmsten Fall zu Engpässen bei der Impfkampagne führen, denn laut dem Bundesgesundheitsministerium kann es passieren, dass Praxen weniger als die 48 bestellten Dosen erhalten. Im Zusammenhang mit Abrechnungsbetrug bei Testzentren sind einige dubiose Anbieter aufgeflogen, weil bei ihnen kaum positive Corona-Tests vorkamen. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein hat deswegen an den Kassounternehmen beauftragt, um auffällige Abrechnungen zu prüfen. Das betrifft auch einige Apotheken. Dort weist man vor allem den Vorwurf zurück und hat wenig Verständnis für diese Maßnahme, da im Sommer insgesamt sehr geringe Inzidenzen waren. Bis der Fall geprüft ist, gibt es außerdem kein Geld für diese Teststellen. In hessisch-Lichtenau soll eine neue PTA-Schule entstehen. Die Rettungsdienstschule des Deutschen Roten Kreuzes könnte zu einem Ausbildungszentrum für weitere Gesundheitsberufe ausgebaut werden. Das DRK erfuhr über einen Apotheker davon, dass es für angehende PTA schwierig geworden ist, seitdem die PTA-Schulen in Kassel und Marburg geschlossen sind. Spatenstich könnte schon 2022 erfolgen. Das Regierungspräsidium und der Apothekerverband unterstützen die Aktionen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.